hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen parktour auf unserem kanal heute haben wir einen wunderschönen kleinen park ein rmc contest coaster war hier angedacht ist tatsächlich ein ganz kleiner park und ich darf euch wieder herzlich begrüßen mit taro und rick ja hallo ja wir haben schon mal kurz drüber geguckt und waren total begeistert dass wir tatsächlich mal so einen richtig schnuckeligen kleinen park zu sich bekommen kann man einfach dazwischen schieben weil wir haben ja nicht immer alle drei zeiten auf einmal so geht das ja 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 so geht das also hier also so wie dieser park jetzt gleich wir den auch gleich auch sehen wird nehmen wir auch sehr gerne als park bewerbung an und es wurde ja schon mal angeschrieben ob wir auch nur tatsächlich achterbahn zeigen oder so also sowas wie ihr jetzt gleich hier sehen werdet wenn das so thematisiert ist wie jetzt hier sowas was so jetzt keine fünf minuten dinger sind oder so sondern wirklich so 15 20 minuten parks reichen auch vollkommen aus also das ist ja auch vollkommen hier gibt es ja auch was zu sehen jeder menschen das eingangsgebäude sieht ja auch schon sehr gut aus so aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will ist dieser park contest gedöhne hier ist vom lieben biertestig für den ein oder anderen wahrscheinlich ein begriff ist ein sehr bekannter planer coaster bauer der den weg zu uns in den disco gefunden hat vielen dank auch dafür und auch für die ganzen park bewerbungen die du uns gegeben hast die werden auch wir auch natürlich alle versuchen soweit wir auch die parks natürlich öffnen können dementsprechend auch zeigen aber wir geben unser bestes dass wir es tatsächlich schaffen und freuen uns auch schon sehr auf deine tollen kreationen und ja in diesem sinne würde ich jetzt ganz kurz wie immer die video beschreibung kurz vorlesen er hat alles auf englisch stehen ich würde es direkt auf deutsch übersetzen hier steht dann halt tauchen sie einen einen kleinen nordischen mini park mit einer achterbahn einem flat ride und einem und ein paar shops holen sie sich einen adrenalin stoß auf wald kür der hauptadreaktion des parks diese achterbahn war früher eine holz achterbahn wurde aber vor kurzem renoviert und ist jetzt eine wilde airtime geladene rmc hybrid achterbahn fühlen sie sich wie ein wikinger auf sie auf unserer piraten schifffahrt holen sie sich die besten hüte im herz biertestig sehr lustig des parks wenn sie nach all dem vergnügen hungrig und ein wenig für erschöpft sind dann gehen sie in unser food house hier findest du verschiedene leckere speisen und getränke dieser mini park wurde für den armc umbau wettbewerb von death fears nun erstellt dann hat er noch geschrieben dass man hier darauf achten sollte wenn man den park jetzt öffnet dass man hier diese mod haben muss diese v3 realism overall ohne diese fährt diese hybrid achterbahn halt nicht ja also das war jetzt hier die kurze pack beschreibung und ich denke mal wir sind alle ganz schön gespannt und fangen jetzt auch mal an hier mit dieser parktour und ich glaube auch das thema sehr das thema ist aber auch wirklich wirklich also auch so wie ich halt zum steampunk kann man auch immer gut habe ich jetzt schon sehr cool wir haben hier created for rmc conversion contest goal of the countess was to convert a existing wooden coaster layout into an rmc coaster following the original layout sondern haben hier auf dem boden noch was geschrieben welcome special thanks death fears nun das war wahrscheinlich der contest der host genau und iron metty ist vielleicht für den einen oder anderen auch ein name der co-host also der partner haben das zu zweit gemacht oder gemanagt weiß der eine wahrscheinlich nicht konnte oder so aber hier das gebäude gefällt mir richtig gut das kann nur großartig werden schon so anfängt ja also hier haben wir auch einen kleinen platz das sieht schon klasse aus also hier haben wir dann kurz mal einen kleinen überblick so sieht das ganze tatsächlich nur aus und eigentlich sehr luftig natürlich auch von der form her von dem land geben ja also passt auch zum hintergrund sehr gut dann werden auch von der großen großen sehr sehr schön ja und ja so und so so eine parktour könnt ihr uns auch gerne bewerben also es muss kein fertiger park sein oder so sondern hier eine schön gestaltete achterbahn mit ein paar flat rights oder was auch immer reicht uns auch zeigen wir auch gar kein thema es muss nicht immer diese riesen parktouren sein ja also gerne her damit ja freut sich die performance auf jeden fall wie vorhin schon gesagt ich habe das jetzt hier auf ultra sieht schon ganz anders aus das ding so und dann haben wir hier die food area ein paar toiletten dann geht es hier natürlich zum backstage oh nothing to see hier ich gucke trotzdem warum ist hier ein tunnel ja dafür dass man sieht ne ach guck mal die haben schon den fall also das ist erstmal cool wir haben gefunden das sind diejenigen die hat den park schon gezeigt haben und ja cool dann sind wir wahrscheinlich die nächsten da wollen wir mal hoffen können wollen wir hoffen aber hier nothing to see hier ist klar wir sehen alles keine werbung für andere youtuber ja alles cool aber ist lustiger ist der eck auf jeden fall so und dann haben wir hier herz biertestig der das für die innenwände verkleidet und alles ne das ist gerade ja schön ne auch hier die schiff schaukeln passt voll rein ja voll gut alles irgendwie so gemütlich hier in dem park ja ne irgendwie alles custom alles custom außer der weg hier ne der ist von dem weg der zahl entry eingang entrance auch interessant so die schilder zu machen ja bietet sich ja schon an wir wissen ich komme doch nichts dran ach ist das aha ist das ding er ist einfach ein schild so ein schild sicher das kannst du kannst auch text reinschreiben ach das ganze ding ist ein schild ja ja alles gar nicht dass das ein schild ist ja das ist ein bisschen eine ungewöhnliche form für ein schild ne ja sehr interessant ok wo kann man mal so machen so 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 kein weg mehr bereich ohne wissen science fiction das ist ja richtig geil gemacht das ist doch nicht von dem ne ne ich glaube das ist gecovered auf jeden fall das ist gecovered aber der weg nicht zum 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 dingens nicht ich habe ich habe ich habe ich habe das ist vom fahrgeschäft vom fahrgeschäft das hat mich gerade ein bisschen getriggert ich dachte gerade ich dachte nämlich gerade dass das das muss ich gerade mal kurz schließen tatsächlich ich will das jetzt wissen ja es ist ja vom fahrgeschäft selbst ok alles klar ich dachte gerade der hat den weg auch noch so selber gebaut und alles das wäre der hammer gewesen ja da wird dann nur die überdachung hier gemacht aber hier schick super ding gefällt mir richtig gut sehr sehr schön ja jetzt habe ich die alle natürlich hier ja wir gehen mal in die queue line rein dafür sind wir hier und hüpfen mal ein bisschen drüber und dringeln uns mal durch weil da hinten ist der mit der kollege der sitzt schon in der bahn ich weiß gar nicht was du meinst also ich meine jetzt hier die fässer und die kisten ja da geht doch noch was ist eigentlich recht wenig ne ja da fehlen die vogelscheuchköpfe ja genau die fehlen auch und die töpfe und die töpfe stimmt die töpfe auch ja ist das der wagen ist aber nicht von planken doch den gibt es auch dort das ist er gibt es so ja ja ich meine haben wir in pp auch benutzt das ist richtig man muss anscheinend heiße ja ich meine es gibt es zwei am siegen genau es gibt zwei am siekurs und mit zwei verschiedenen wagen mann wo sind die jetzt da man ist und tatsächlich und iron fury ok gut dann habe ich nichts gesagt wir haben hier pause gedrückt wir schauen mal in welchem wagen wir sind natürlich falsch wo auch sonst so den immer und was erwartet uns direkt als erstes geil geil ok achterbahn die einzige in dem freizeitpark hier jetzt in dem contest den er gemacht hat und wir spulen vor und genießen die fahrt ich bin sehr gespannt ja ich mag das schon ich mag das schon ok ja deswegen auch die mod ja was sind gefühlt wird sie sich echt langsam gefühlt wird sie sich echt langsam welchen gut und wir haben rot so gut und ja sie bleibt ja die ganze zeit weit unten jede menge jede menge airtime und wir sagen ja ich war jetzt machen wir gleich ich wollte aber jetzt gerade die fahrt mal dunkel genießen wir haben ja zeit wir haben zeit eben drum also das lernt jetzt ein bisschen überrascht dass ich etwas anderes erwartet also ein bisschen habe ich mir auch ein bisschen was alles vorgestellt hat sich ja auch noch nicht erwartet ach so mit dem launcher ja aber auch von den ganzen diese kleinen ganz kleinen band hier ob ich auch nicht kommen sehen ja gut aber hat er ja in der parkbeschreibung eingeschrieben das mit dem airtime airtime last die hier geschrieben hier und da ein bisschen beleuchtung unter der schiene alles der fokus halt nicht drauf gelegt worden auf die beleuchtung ach so und so was alles genau richtig werden ja genau ja auf jeden fall war vielleicht auch nachträglich noch so gut das können wir sagen ach geil Fotos ja Foto äh wurden geblitzt die waren zu schnell ja sehr nice also richtig geil hier war alles gedacht ne steigen wir mal aus ich weiß dass diese bahn spaß machen würde auf jeden fall hätte ich auch schon bock richtig richtig schöne fahrt auch hier die wand der wartungsbereich ist tatsächlich nur hier dann also hat er dann hier die schienen wo sie dann zurückfahren können aber schön gemacht hier auch mit so die rollen dass dann hier quasi die schiene rüber geht dass es dann hier getrennt auch ist ne da echt klasse wirklich schön schönes diese kleinigkeiten die machen so aus schönes detail ne wirklich wirklich cool sehr schön drei waggons fahren hier auf der strecke und das ist die strecke sehr schön sehr sehr schöne fahrt sehr sehr schöne schöner park schönes theming sehr interessant hier ist so ein bisschen tatsächlich steampunk dabei genau wollte ich gerade sagen so viking steampunk gucken wir uns noch hier ein bisschen um dann hast du heute aber eine amt sie gemacht wird da kann man ja auch so ein bisschen zahnräder irgendwo an die holzhäuser anbauen auf jeden fall so machen wir hier spät spätabends halloween nights vollkommen ausreichend beleuchtet auch hier des eingangs die die stationsgebäude ist auch eigentlich recht schlicht gehalten mir gefällt aber das hier sehr gut diese kleinen details am eigenen ausgang ja diese genau diese details machen halt das ganze zu dem wikinger bereich ja ist so auch hier diese feuer dinge sehr sehr cool durch den ausgang raus mal gucken ob der noch irgendwas im ausgang drinnen hat vielleicht gerzen gerzen spotlights hier liegt müll schweinerei oh nein ein autoschild ist eigentlich ganz schön geworden ne ja ja schilder sind immer so ein thema für sich ich tue mir da auch immer so schwer ich tue mir da auch immer so schwer aber alles auch noch schön beleuchtet überall ist alles zu sehen die ganzen wege sind beleuchtet und alles gedacht hier trotzdem auch wenn es konntest war und es auch nur um die achterbank ging wirklich sehr 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 schönes theming ganz toll ganz toll tolle fahrt tolle achterbahn gerne mehr also ich bin sehr gespannt auf den nächsten bereich von dir biertestek ein paar haben wir noch ein paar haben wir noch und ich hoffe natürlich dass du zu diesem zeitpunkt auch bei uns in der challenge dabei bist da freue ich mich ganz besonders schon drauf auf deinen dark ride ich bin gespannt was du so wie die anderen natürlich auch schönes zaubert ich bin guter dinge tatsächlich also bei jedem erbauer jetzt bei der challenge tatsächlich ich bin guter dinge die können alle gut bauen die können alle gut bauen ja natürlich und es wird auch für uns nicht sehr einfach werden da die challenge zu beurteilen wer gewonnen hat und wer nicht ja hab ich mal gespannt wie wir es hier auch handhaben ja das ja wir sind so dritt ne da gibt es ja dann kein unentschieden da gibt es kein unentschieden und vor allem werden wir uns wahrscheinlich auch streiten ja kann passieren wahrscheinlich ja aber hier streit gehört also lautsprecher leise machen es kann umgezogen werden ja bei jeder familie wird es gestritten ja la familia la familia ne ja vielen dank für die parktbewerbung und ja in diesem sinne war es das tatsächlich schon wenn ihr auch euren park bewerben wollt dann gerne bei uns auf discord unter parktbewerbung reinkommen euren park mit dem steam link verlinken und dann werdet ihr genauso wie hier diesen park auch oder wie die anderen parktbewerbungen auch auf unserem kanal zu sehen bekommen und noch mal dankeschön dafür und wenn du jetzt noch gar nicht geliked hast für diese parktbewerbung oder generell die anderen videos oder ein abo nicht da gelassen hast dann wird es jetzt langsam zeit denn ich weiß nicht ob du es wusstest aber so ein abonnenten knopf zu drücken der kostet dich gar nichts und unterstützt uns sehr dabei in diesem sinne würden wir uns natürlich sehr freuen und ich und oder wir wünschen euch einen wunderschönen restlichen sonntag und wir hören uns nächste woche wieder macht's gut bis dahin bis dahin tschau willkommen auf 7 cents mit mit taro, Rick und Blutfeier Achterbandträume und Gamingfeuer immer wieder neue Spiele gemeinsam bauen wir Welten hoch hinauf in Pläne Kostas Magie drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser Euphorie